Hallo, ich bin's wieder, euer Jamal. Ich hab ein neues Video gemacht. Und ja, Nike. Okay. Es ist ein sehr toller Schuh, ja. Und er wurde reduziert. Ja, deswegen hier ist das ein bisschen kaputt. Das ist hier der Nike Hypervenom Phantom 2 LTHRFG. Also Nike Hypervenom Phantom 2 Techcraft FG. Und jetzt. Ich hab die schon aufgemacht, die Tüte weggeworfen. Und ja, ist ja auch eigentlich egal, hab ich gedacht. Und ja. Hier ist der Schuh. Der ist auch übrigens original. Ich müsste da Papier reinmachen. Und ja. Sehr nice. Und ja. Die Socke super. Super Ding. Der Schuh. Die Stollen. Und ja. Ist richtig geil. Also so sieht es aus. Richtig cool. Und ja. cool finde ich. Nice. Ich müsste zwei Socken anziehen. So richtige Socken. Und hier diese Stützen. Weil der Schuh der ist richtig groß. Der ist größer 42,5. Deswegen ist ein bisschen schwer. Ich nehme die Tasche. Ist richtig cool. Richtig geil. Richtig. Also wenn ein Bruder ganz kleiner Bruder Jamin fünf Jahre sowas hat dann Freude für sich sein ganzes Leben. Ja. Ja.